Es ist schon wieder Weihnachten. Es ist schon wieder Weihnachten. Daniel! Alles klasse! Herzlich willkommen zu Zonkers Welt TV. Jetzt ist wieder Weihnachten und Daniel und ich werden ein bisschen Weihnachtslieder spielen. Ich freue mich immer schon drauf. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Unter dem Jahr spiel ich ja nicht. Aber zu Weihnachten spiel ich wirklich gern. Und du hast irgendwas Neues mitgebracht. Wie heißt das, Daniel? Weihnacht, wie bist du schön. Okay, jawohl. Ich spiel unten, oder vermutlich? Machen wir das so, ja. Na gut, hoffentlich. Das geht schon. 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 Ich spiel nur als Schweindl, wenn ich rein schau. Die Schweindl? Die Dezibeler. Die Dezibeler. Machen wir noch eins, oder? Na klar. Was für eins? Jawohl! Okay. Leise rieselt Pfirschen. Das können wir sogar einmal umtragen, oder? Genau. Das spielen wir zweimal. Zwei Strophen. Warte, in einen Hocker. Das ist Weihnachten. Das ist komplett entspannt. Okay. Okay. Das ist echt ein Traum. Ich habe jetzt durch den Rauch eingeblasen. Das war ganz anders. Durch den Rauch hast du einen ganz anderen Ton. Das stimmt auch. Das ist ein Traum. Das habe ich nicht gewusst. Weiß man das physikalisch, warum das so ist? Ja, hoffentlich. Die Schwingungen. Die Schwingungen. Das war jetzt ihr. Na gut, Daniel. Mit Rauch geht es nicht. Mit Rauch geht es nicht. Mit Rauch geht es nicht. Warte, ich blase einmal durch, dass es keiner mehr drin ist. Da kommt den Rauch raus. Mann, das war jetzt echte Weihnachtsstimmung. Was war ein Wahnsinn. Na gut. Na gut, starten wir noch mal. Ja. 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 Amen. Daniel, das ist echt immer leibend. Die zwei Händln klingen einfach immer schön. So, das hört man jetzt. Adeste Fidelis. Das neue Programm. Was muss ich da machen? Unten? Unten. Das drehen wir nicht unten. Ich spiele unten. Ich spiele das auch kurz, dass ich weiß. Okay, habe ich. Super. Mit G habe ich das gespielt. Ja, das ist gar nicht so gut. Da ist ja ein Programm. Das ist so drauf. Das ist eben. Ich schaue, dass ich das D erwische. Bitte, das wäre super. Ja. 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 ein Klassiker ein Klassiker still, still, still perfekt, da bleibe ich auch unten das ist auch der Vichy das ist ein guter Plan jawohl zähne mit to ber a um a ZANG EN MUZIEK 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 Amen. 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 Ich wollte den Ton . aushalten, weil ich nicht wollte, dass es aus ist. Aber es ist jetzt aus. Wir haben es alle Jahre wieder und alles hat ein Ende. Aber ich meine, das ist ja nicht unser letztes Weihnachten, Daniel. Da kommen ja noch wahnsinnig viele. Und jetzt für die Brennraumgemeinde. Sie wissen es eh, weil ich spüre oft meinen Herndl. Ich bin ja wirklich dankbar, Daniel. Du bist ein wahnsinnig leimuterte Know-how-an-Lehrer. Und ja, manche haben sogar gemerkt, dass ich besser geworden bin über diese Jahre und mir hat es eine echte Freude gemacht. Und du bist ein Weltbursch. Daniel, schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten, Frieden. Und wir machen 2022 wieder so ein Thema Schuppen. Früh oder Thema Schuppen, gell? Daniel, ich danke dir. Super. Alles Gute und viel Spaß beim Backerl aufreißen. Und alle, die da die wahnsinnigen Backerl gekauft haben, Daniel, die Kekse habe da leider nicht gegeben. Da habe ich vernichtet ohne Ende. Aber das war so wahnsinnig gut. Herzlichen Dank. Und ja, zu Silvesta gibt es eh dann eine Neujahrsansprache. Also jetzt einfach nur schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. Jawohl. Daniel, was klasse war es. Ich danke dir.